hallo und herzlich willkommen im video training der firma riesen consulting mein name ist matthias riesen und ich begleite sie durch dieses autodesk inventor video training heute im teil fünf schauen wir uns an über das anlegen der projekte das heißt die projekt verwaltung was man da alles machen kann ich werde erst einmal das standard projekt eingehen ohne fold im prinzip ohne pdm verwaltungssystem was man das alles machen kann und nachher werde ich noch ein cloud projekt anlegen wo man zum beispiel auch die daten mit fusion kombinieren kann da gibt es ja mehrere möglichkeiten mittlerweile dann wünsche ich ihnen schon mal viel spaß in den nächsten minuten und wenn sie was neues lernen würde ich mich natürlich freuen wenn sie das video kommentieren einen daumen nach oben geben und auch teilen dann schon mal vielen dank dazu wer jetzt auch die inventor version 2023 benutzt da ist ja dieser ausgangsbildschirm was in der startbildschirm komplett neu designt worden sonst waren die projekte immer hier in diesem bereich jetzt sind sie da oben vielleicht ein bisschen versteckt das heißt wenn ich dort drauf klicke dann habe ich halt hier meine projektauswahl das default ist immer das standard projekt das bei jedem inventor gibt das rc cloud im prinzip ist bei mir jetzt cloud projekt was ich jetzt angelegt habe über den datenaustausch und ich möchte jetzt ein neues projekt anlegen da gehe ich jetzt einmal auf diese punkte hin und sagt jetzt die einstellungen so dann habe ich jetzt eine meldung bekommen weil ich gerade projekte rausgelöscht habe und jetzt lege ich ein neues projekt angehe hier unten auf neu ich habe hier ein neues einzelbenutzer projekt oder ein voll system als ein voll projekt während verwaltungssystem hinterlegt hat arbeitet hier natürlich über voll projekt alle anderen projekte legt man eigentlich hier und der einzelbenutzer projekt an wenn ich jetzt hingehe hier weiter dann definiere ich hier den projektnamen das heißt diese projektnamen taucht halt hier dann da auf und dann gehe ich jetzt einmal hin und sage jetzt hier riesen consulting er nimmt natürlich auch standardmäßig den projektnamen hier unten her und er möchte jetzt quasi unter dokumente inventor möchte er erzählt dieses projekt anlegen wenn ich natürlich einen anderen ordnerpfad haben möchte zu diesem projekt meinetwegen auch auf dem firmensurfer dann kann ich hier über diese projekte diese punkte den projekt fort neu definieren da wo man halt hingeht im prinzip meine wegen unter dokumente jetzt bei mir zum beispiel hier netzlaufwerk und dann kann ich da auch was verknüpfen das zeige ich aber später aber im prinzip mit der autodesk cloud deswegen lasse ich das jetzt so ich lasse jetzt auch standardmäßig hier einfach unter dieser pc dokumente inventor diesen pfad anlegen wenn ich jetzt auf ok gehe bzw auf fertigstellen mache dann sagt er ok dass der projekt fort ist nicht vorhanden soll erstellt werden ok jetzt ist das projekt hier oben drinnen und wenn ich jetzt noch mal reinschaue dann habe ich auch hier meinen ordner plus hier meine ipj datei diese ipj datei ist halt immer die dateiendung von meinem projekt kann man nämlich auch wenn das projekt rausgefallen ist einfach nur wieder suchen die projekt datei anwählen und schon hat man das projekt wieder komplett im inventor drinnen dann gehe ich wieder rein in meinen inventor was kann man jetzt da alles machen und zwar viele machen auch immer den fehler bei der so projekten wenn ich vielleicht alleine arbeite dann ist egal selbst dann würde ich es nicht machen das heißt viele legen sich immer für zum beispiel projekt maschinentisch ein neues projekt an da ein paar wochen später konzentrieren sind schrank dann legen sie wieder für ein schrank projekt an das heißt wenn man alleine ist ist es gar kein problem aber man hat ein problem wenn man von einer von einem projekt vom anderen projekt wieder was reinholen möchte das heißt verschiedenste teile hat die man immer wieder benötigt dann gibt es immer eine fehlermeldung performance technisch ist das auch nicht so super wenn man aus unterschiedlichen projekte hier teile rausnimmt das ist ganz schlecht auf die dauer das heißt da würde ich immer ein bisschen aufpassen ich würde so strukturieren das heißt wenn ich jetzt hierhin gehe und da in meinem projekt ordner da würde ich halt dann sorgen meinetwegen wer es so möchte das sind die zeichnungen dann vielleicht habe ich eigene inhalts center sorgen und sei es dann gebe ich halt an hier inhalts center und kopiere die teile da oben rein in diesen ordner meinetwegen auch noch modelle und so weiter das heißt da drin kann ich auch die strukturierung machen ich kann natürlich auch noch hingehen und könnte jetzt hier drin sagen das ist nicht projekt hebelpresse nenne ich jetzt einfach einmal dann wird halt in dieser hebelpresse auch wenn gewünscht hier die unterordner zeichnungen angelegt 3d modelle baugruppen und so weiter dann gehe ich wieder rein und mache jetzt hier fertig stellen wenn ich jetzt da natürlich das projekt aktiv habe und gehe hier auf öffnen inventor geht dann praktischerweise in diesem projekt ordner rein und jetzt habe ich hier diesen aufbau wie ich denn gerade da erstellt habe hierbei hebelpresse kann ich jetzt unterzeichnungen zum beispiel sachen öffnen oder auch später da rein speichern hier muss man halt beim speichern etwas aufpassen wo man das ganze hin speichert ich habe jetzt schon mal für die präsentation hier eine alte zeichnungs vorlage mir hier rein kopiert die kopiere ich gleich einmal hier rein bei inventor dann hier riesen consulting und dann sage ich jetzt hier vorlagen und wenn ich halt zum beispiel mehrere vorlagen habe also ein ipt vorlagen baugruppen vorlagen und so weiter dann kann ich das hier auch alles rein nehmen weil es kann ich ja bei dem jeweiligen projekt zuweisen zeichnungs vorlagen und hier unter zeichnungs vorlagen kopiere ich jetzt mal das rein und ich möchte das inventor nicht die standard vorlagen verwendet das heißt wenn ich hier da oben auf neu drauf gehe dieses standard dwg und standard idw sondern ich möchte dass er hier meine zeichnungs vorlage verwendet dann geht man wieder rein in das projekt und hier unten gibt es ja die ganzen sachen das heißt hier kann man wenn ich das bearbeite zum beispiel bei den ordneroptionen hier vorlagen dann hat man hier konstruktionsdaten stile vorlagen einstellungen inhaltscenter das heißt wenn ich jetzt hier auf inhaltscenter drauf gehe und ich habe hier in diesem ordner inhaltscenter meine inhaltscenter dateien drin dann muss ich einfach hingehen und sorge zitiert da und verknüpfe quasi diesen fort hier einfach nur neu mit meinem sache hier und der riesen consulting inhaltscenter mache ich jetzt gerade nicht weil ich habe nichts drinnen und schon würde inventor bei diesem projekt hier auf diesen pfad zugreifen dann habe ich hier vorlagen sondern gehe jetzt gar nicht hin da hat er hier seine kompletten vorlagen wasser hat dann gehe ich jetzt einmal rein beziehungsweise ich kopiere mir erst einmal schnell diesen pfad einfach nur steuerung c und gehe noch mal raus und gehe hier mal rein und kopiere mir diesen pfad da rein und dann nehme ich mir noch schnell hier diese und diese und die hier und die da die kopiere ich mir mal schnell und einfach hier rein unter riesen consulting in meine vorlagen und dann habe ich das hier auch da so rein und die nehme ich noch mal hier weg ist besser wenn es einfach hier komplett drin liegen das lösche ich noch mal und jetzt sage ich hier einfach haben wir schnell das ist rc ipt und so weiter dass man ein bisschen ein unterschied einfach nur kennt das heißt hier sind meine bearbeiten vorlagen drinnen diese vorlage hier habe ich wirklich angepasst ja auch überall logic und jetzt gehen wir hin in die einstellungen rein gehen hier auf ordner optionen vorlagen und gehe auf und dann werde ich da einfach hier jetzt meine pfad an und sage jetzt hier unter dokumente riesen und dann hier vorlagen und jetzt habe ich hier einen neuen pfad und so wenn ich jetzt darauf gehe hier dann sieht man rc ipt und hier diese vorlage wenn ich das standard projekt aktiviere hier unter default und geht jetzt hier hin auf mein neu dann sieht man sind die standard vorlagen drinnen dann sieht man auch die angepasste vorlage die ich jetzt hier habe das heißt zum beispiel bei der zeichnung ist eine kleine anpassung ok das ist eine alte deswegen kommt jetzt hier die meldung so und da ist jetzt dieser platz steuerung dabei das heißt hier kann ich dort zum beispiel gleich einstellen ich möchte auf hier im hochformat und könnte da die bauteilnummer gleich definieren welcher zusätzliche möchte und vielleicht hier noch gleich ein titel reinschreiben und autor mache ich jetzt auch und wenn ich jetzt hier auf fertig gehe dann hat er das hier alles sauber genommen auf hier und das ist natürlich so kleine zeichnungs vorlage was ich da schnell mal gemacht habe und schließlich wieder funktioniert wie man sieht mit den zeichnungs vorlagen so kann man auch noch andere sachen hier definieren das heißt hier mit eigenen darstellungsbibliotheken arbeiten oder auch materialbibliotheken hier kann man alles neu verknüpfen wenn man in der firma spezial sachen hat hier ganzen ordner option konstruktions dateien wie es vorher schon erzählt habe und so kann man das wirklich alles hier sauber definieren wo er was ablegen sollte und wo er irgendwelche einstellungen beziehen sollte ich lösche jetzt einmal das projekt hier einfach nochmal raus das heißt hier das deaktivieren wir da sage ich hier löschen also ich habe jetzt das andere aktiviert dann habe ich das riesen consulting gelöscht und das kann ich mir jetzt ohne weiteres wieder reinholen weil es die ipj datei gibt das heißt hier wieder rein dann sage ich hier auf suchen und dann hole ich mir einfach hier unter dokumente inventor diese riesen consulting ipj öffnen und schon ist die wieder drinnen gehe auf fertig stellen und wenn ich jetzt wieder da oben hingehe dann habe ich schon wieder meine vorlagen dabei weil sie halt alles in dieser ipj datei gemerkt wird jetzt machen wir einen test und zwar über die cloud ich habe nämlich hier den desktop connector installiert das heißt hier den desktop connector und da habe ich an die autodesk drive das heißt das a360 drinnen und jetzt testen wir es das heißt wenn ich jetzt hingehe und verknüpft es jetzt mit der fusion cloud dann geht es natürlich auch mache ich wieder hier auf die einstellungen rein und sage jetzt hier neu neues einzelbenutzer projekt und dann sage ich hier rc und f360 so heißt das projekt und dann gehe ich hin und dann wähle das hier an unter dieser pc fusion 360 und der riesen consulting so jetzt hätte er sogar hier noch wenn ich gewartet hätte hätte er jetzt sogar noch was vorgeschlagen und zwar hier hätte ich noch direkt meinen projekt ordner wählen können das heißt ich mache jetzt einfach mal schnell hier also das jetzt mit meinem riesen consulting blech projekt in fusion verknüpft wenn ich jetzt auf fertig stellen gehe und sage jetzt hier fertig so jetzt zeichne ich ja mal schnell testmäßig ein teil das kann ich nämlich dann auch schön öffnen in fusion so das sieht man nämlich jetzt auch gleich noch was interessantes also was ist jetzt völlig wurscht hier ich betitelt auch gar nicht also ein bmaß ist gar nicht freiheitsgrade sind mir jetzt egal 10 hoch und jetzt gehe ich auf speichern nochmal da aufpassen hier auf dem symbol das steht jetzt hier so bläulich und wenn ich jetzt hier auf speichern gehe in das blech rein dann test youtube 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 speichern so jetzt checkt nämlich inventor auf einmal ok er speichert mir das in einem cloud system rein und setzt hier eine wolke davor und dann steht jetzt so dieses eine cloud datei so jetzt hier schließen und jetzt gehe ich gleich in mein fusion rein und gehe hier in das projekt blech rein und da befindet sich nämlich auch jetzt hier test youtube und auch hier diese ipj datei das heißt vom inventor die präsentations datei und jetzt kann ich das hier ohne weiteres öffnen dauert jetzt nur ein bisschen ja es wahnsinn was zurzeit hier oder was mittlerweile alles geht über cloud datenaustausch macht echt spaß so dieser fortschritt was da gemacht wird jetzt habe ich das teil hier ohne probleme da wo ich jetzt auch weiter zeichnen kann es wird natürlich niemals hier dieser konstruktions verlauf übernommen das heißt dass die skizze drin wäre sondern das ist wirklich ein assoziatives teil das sieht man weil der körper hier sind sie da unten sieht man es hier das heißt dass er das kettenglied drinnen und dann merkt man okay das ist assoziativ verbunden sprich ändert sich das hier im inventor ändert sich das natürlich in fusion automatisiert mit weil es eine assoziative verbindung ist aber das ist jetzt in inventor beziehungsweise in fusion verändern kann dass die skizze das geht jetzt nicht dann mache ich jetzt schnell um hier ein 10er radius und wenn viel noch mal ein fünfer drauf ok so und ich habe meinen inventor noch geöffnet beim inventor verändere ich jetzt einfach hier nochmal dieses teil und wie man sieht er ruft sofort aus der cloud ab und dann mache ich jetzt hier einmal die bearbeitung meiner skizze sie ist jetzt einfach größer dann wird das teil hier größer und die extrusion bearbeite ich auch und so jetzt sind hier 20 so und gehe aber wieder auf speichern jetzt speichert das wieder rein und wenn ich jetzt in meinen fusion reingehe und es dauert es ein bisschen und jetzt kommt dann hier gleich okay das teil ist quasi veräultert und kann es natürlich auch hier beschleunigen wenn man sagt hier ok jetzt kommt es ohne dass ich was gemacht habe und jetzt seit hier oben aktualisieren jetzt passt das gleich an in der zwischenzeit schließe ich einmal das hier also die zusammenarbeit zwischen inventor 2023 und fusion geht eigentlich mittlerweile sehr gut wenn es dann noch mehr interesse gibt da gibt es noch ein paar sachen wie immer da das machen kann auch direkt vom inventor heraus und jetzt sieht man ja jetzt automatisch angepasst wenn ich die assoziativität nicht mehr haben möchte kann man hier drauf gehen und kann die verknüpfung lösen das heißt sieht man ja wie vorher schon erwähnt das ist verknüpft das heißt assoziativ verknüpft ändert sich das im inventor ändert sich das hier in fusion auch möchte man das nicht kann man die verknüpfung lösen dann haben die zwei sachen keine verbindung mehr weil das wird dann nur geöffnet und müsste ich dann hier da neu abspeichern weil diese ipt wird ja nur als abgeleitete referenz benutzt und ich muss halt einfach in fusion dann abspeichern aus f3 die datei und schon kann es da drin weiterverwenden das heißt da gibt es mittlerweile ein paar methoden wie man das machen kann dann hoffe ich sie haben wieder was gelernt bis zum nächsten mal ciao so